Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ghostsora mit Chesterplaced Oh, hallo Und ja Ja manch, Starterfield Ja, wir gehen einfach hier dran, oder? Yes, machst du Workbench oder was? Ja, ich bin glaube ich schneller, oder? Egal, scheiß drauf Ja, ich mach Workbench Okay Ich mach mit ans Schwert Okay, wir haben hier genug Zeit Kann ich noch nur Steinachs machen? Naja, du kannst ja... Ja, kannst du machen Ich kenn einfach Viecher, ne? Ich hab zwei Schwerte Ja, ich komm zurück Ich bin hinter dir Okay, wen fighten wir? Sollen wir die da fighten? Willst du jetzt direkt fighten, oder was? Soll ich so, warte mal? Kann was krasses machen Da oben ist glaube ich noch, äh... Nee, das ist ne Kuh Ja okay, dann lass die fighten, oder? Aber da willst du weg Ja, wir dürfen halt nicht targeten, ne Ja, dann lass die Kuh da oben killen, zuerst, oder? Ja, lass voll Leder machen Ja, man Ja Also, welche Kuh hast du denn gesehen? Warte, du bist hier ganz hinten, ich geh mal Hier oben Oh, ein neuer ist ja nicht mal leer, der gedroppt Ja, meiner auch nicht Anders in die Richtung von denen hier laufen, oder? Ja Dann werden wir halt eh firstfall sterben Ja Siehst du die? Ah ja, nein Da hinten ist ein Jongel, oder? Ah, da ist hier, da ist hier Hä, Digga, wo bist du? Wir sind hier beide weg Ich bin da Der eine ist ultra low Kommst du klar? Ich bin hinter dir Beziehungsweise hinter ihm Ist er hinter mir, der andere? Nein, nein Ich bin da Der andere ist weg Ganz weg Ah, der läuft wahrscheinlich zu dem, ne? Ja, ich seh den nicht, du ne? Ja, ich seh den nicht, du ne? Den hab ich Der ist weg, der andere Hab ja weggelaufen Wie viele Herzen hast du? Äh, nein Na ok, er kriegt mein Herzen, wenn man einen killt? Nee, oder? Nee, glaub nicht Ich weiß nicht, wer das sein kann Ich weiß nicht, wer das sein kann Darf man Hitboxen dann machen? Ja, oder? Ich weiß es nicht, denk mal Na lass hier hinten lang, der wird doch nicht hier lang sehen, oder? Ja, ich denk auch Ich glaub der hat sich lieber gebraucht, oder? Ja, wer sonst? Im Dschungel, ne? Denk ich hier so, an diesen See Den hinten ist ein Sumpf Ja, und ein Dschungel Willst du jetzt hier in den Dschungel gehören? Hinter mir Oh scheiße Was? Team? Hinter mir ist ein Team, ja Kommst du weg, lauf weg, lauf weg Nein, lauf weg Ah, ich lauf Komm weg, ich muss kurz regenerieren Auf wie viel bist du? Ich bin auf 5 Das ist noch ein Das ist noch ein, naja, lauf Ja Kannst du mir Blöcke drummen vielleicht? Ja, ich hab noch 6 Hier, nimm noch einen Lass hinterher, ich bin auf 6 Heads, und du? Ich bin auf 8 Wenn's rack ich Ja, lass dann ein bisschen rein clean, oder so Ja, lass drauf, oder? Die werden safe gefightet, dann Nein, die sind voll, oder? Egal, das ist halt drauf Nein, den Burning Returns hab ich einen Crit gegeben, das weiß ich Kannst du hinter mir? Ja, gell? Ja Kommen? Ich auch Okay Ja, was sollen wir jetzt um? Hatten die Leder? Nee, ich hab immer noch keins Ich hab 2 jetzt Hast du dir eigentlich wirklich einen Lederhelm gemacht, mit dem Leder, was du gefunden hast? Ja Du bist so am hängen Hätte ja sein können Dass wir das brauchen Lass mal ein paar Melonen suchen, oder? Ja, kann man machen Aber hier wird ja noch irgendwo der Solo rumrennen, oder? Ja, weiß ich auch nicht Da hinten sind Melonen Wo? Ah ja Der Solo muss ja eigentlich nirgendwo rumrennen, aber Ist das nur eine? Ah Ja Ja Ich kann nicht mehr sprinten Aber wir haben jetzt auch viel viel Essen bekommen Ich hab 20 Steaks Ja, ich hab auch 21 Ja, jetzt auch 20 Äh, sollen wir jetzt aber ein bisschen splitten? Denkst du, das ist schlimm? Ich weiß halt nicht, der Solo-Renzi hat noch irgendwo rum Ja Ich glaub, der hat nicht so viel gerafft Ja, ich weiß halt nicht, wer das war? Ich hab auch nicht Fruit 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 Energy oder so Kenn ich nicht Ich hab keine Ahnung Ich hab keine Ahnung Könnte ich nicht selber den, den wir gekillt haben Nein, ne, das waren zwei hinter uns, oder nicht? Äh Ich glaub schon Was war das denn älstens, den wir hatten? Ja, war das einer? Oder war das zwei? Das waren zwei, ja Aber ich glaub, der eine hieß Fruit Energy Ah, hier sind welche, hier sind welche Wo? Äh, komm einfach zurück Das ist irgendwie solely Returns Und Anfragen Wo? Ich bin da, wo ich die Melonen holte Ich bin rechts von dir Hier auf so nem Baum Hier vorne sind die Ja, ich komm Hier vor mir Siehste? Jaja Sollen wir pushen oder auf langsam? Ja, ich glaub, die kommen ja nicht hin, oder? Willst du fighten die überhaupt? Ja, von mir aus Also, mir ist relativ egal, ob wir sterben oder nicht Ja, ich kenn die nicht, ich weiß nicht, ob die gut sind Sollen wir einfach tryen? Ja, lass langsam, oder? Nein, die rennen halt, ne? Ja, sollen wir rennen einfach? Ah, die kommen grad, oder? Nee Oh, Skelett Ah, da ist noch ein Melonen, sollen wir die mitnehmen? Ich weiß nicht, was lieber Lass nochmal hinrennen, oder? Ja, komm Wo sind die hin? Ist die irgendwie? Irgendwo grad aus Hä? Trollst du mich? Na, na, hä? Du hast dich doch gesehen, was für ein Troll dich? Na ja, ich mein jetzt nicht du Ah, da vorne Ja, da vorne Hä, bin ich lost? Warum seh ich die denn nicht? Ich seh die auch nur ein bisschen Ja, siehst du's? Die sind nicht gut wie du dich gerade Ah, ja, ja, ich hab kurz gesehen Geh drauf einfach Jetzt hat er dich gesehen Ja Oh, der hat Linie an Wo ist der andere? Ich check halt einfach gar nichts gerade Ich bin halt einfach nur da Hier ist ne Kuh Das FK ist, wenn man erlaubt Ich kenn die Regeln nicht Ich mach's einfach nicht Ich mach's einfach nicht Ja, der muss ja hier hinten dann irgendwo sein, wenn die sich gespillet haben Ja, hab ich grad nen Namen gesehen? Lass mich mal da hinlaufen Hey, ist noch nen Belohn Willst du auch welche haben? Falls einer von uns stirbt? Äh, ne Dann zuerst halt ich mich, wenn du stirbst Okay Ah, ich hab eh welche War da vorne, oder? Hast du ihn gesehen? Weiß nicht Ey, ich bin voll lost gerade, glaub ich Same Und er hätte die Melonen mitgenommen, denk ich Nee, ich denk nicht Nicht, wenn sie an Medgard gestorben ist Ey, können wir besser aus diesem Wald ja raus Ja, das nervt schon ein bisschen Ich hab ein Stack Melonen Ich hab jetzt Zuckerro 3 Ich find's, ja Weißt du, ob der Nether geschlossen ist? Ob der geschlossen ist? Ja Nene, also Äh Weiß ich nicht Okay Okay Ja, lass uns mal ein bisschen hier Zucker versuchen Der Ding, oder? Ohne Leder, muss ich sagen Vielleicht finden wir ne Pyramide, oder so Ich hab 3 Leder Ich hab 3 Leder Ich hab 6 Ja, das ist doch schon mal ein bisschen Wir hätten ja eigentlich 5 mehr Oh Hallo Aber ja, ne Warum ich mir auch nen Helm mache Also genau so viel wie ich Spur bringe Weiß ich jetzt auch irgendwie nicht Hahahaha Oh, unlucky Mit mir mal ein bisschen Holz Nein, hier ist nichts Ich geh weit zur Richtung Süden Ich geh weit zur Richtung Süden Warte, wie viele Kills hast du eigentlich? Einen Ah Ja, dann lass ich dir den nächsten Ja, ne, ne, kill du, ich dann bist topleher Ich geh Richtung Süden, ne? Jaa Südens, glaub ich Genau 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 in der Richtung Ja, ich komm Es ist nur Wüste und Entschuldigung Ich glaub es ist ja eng Wer gehört hier in der Wüste rum Ob hier noch jemand rumläuft? Na, in der Wüsten Ja, bestimmt, oder? Ich weiß es halt nicht Es legen ja noch ein paar Leute Aber hier ist wieder ein normales Film, glaub ich Ja Immer noch Süden? Äh Eher Südosten Okay Ah, Tempel Okay, nice Aber ich kann nicht rein, weil ich keine Blackout Ah, nice Wo bist du ungefähr, von kurz her? Äh, 900, 700 Oh, du bist viel weiter als ich Warum, wo bist du denn? Von 600, 800 Oh Ich mach mir jetzt einen Spitzsack und geh da rein Ja, ich hab's Na? Ja Ne, ich hab einen anderen Na, ne, du bist ja richtig Ich find Ja, du bist, ach, 900, 700, 800, lala, ich bin los Hab ich was anderes schon gesagt? Ne, ne, ich hab's nur andersrum gedacht Jawohl War hier jemand? Ne, ne Okay, gehst du rein? Äh Oder was? Ja, keine Ahnung Wir können beide rein Ne, ne, ist ja nicht worth Nimm das 10C mit Ja Nimm auch mal einfach alles mit Hier sind noch Färde, ich kill die mal Jo Neun Stück Ist irgendwas Gutes drin? Naja, vier Eisen Naja, vier Eisen Sonst wirklich nichts Wird's gut, sonst glaub ich Ah doch, zwei Gold halt noch Von der Hausarme auch Und jetzt ist, na Ja Ja, ich bin, äh Südwest Warte, ich glaub nicht Zucker, oder? Sollen wir hinterlaufen? Äh, ich bin grad Süd... Ja, hier bist du Ja, hier bin ich Dann wir kurz dahinter laufen, da ist Zucker, aber Ja, ich bin doch hier, oder nicht? Nehme ich mal in eine andere Richtung Achso Ja, warte, ich komm Ich hab ja irgendwie Färder gekriegt Ja, ich kann's auch schnell holen einfach Über Zucker, aber in der Wiese würde ich nicht so gern caving gehen, oder? Wo bist denn du jetzt so lang? Warte, ich komm gleich, ich bin in eine andere Richtung gelaufen Also Richtung Nord-West Ja, okay, ich komm Obwohl, ne, ist da auch nicht worth Ich geh Richtung Osten Vom Temple aus und hol Holz Ja, okay, das ist gut Wie viel Leder Zucker warst du jetzt? Ich hab... 13 Zucker vor 13 Leder Okay, das ist gut 13 Zucker sind... 4 Bücher, ne? Ja, ja 4... Und ich hab nochmal... 8 Das ist ganz okay Wer ist nochmal Zucker? 2 nur Welts Dieser Soldi Returns Warum hat das ich grad... Warum hat das ich grad wieder eingeloggt? Ist der drin, ne? Hä? War der... hä? Der war doch vorhin bei uns Oder wir haben seinen Maid gekillt, oder nicht? Haben wir nicht ihn gekillt? Ich glaub seinen Maid War schon kaputt Oder? Ich weiß es nicht Ich weiß es nicht Ich will aber jetzt auch ein paar Pferde Ja, bei mir sind ein paar viele Mobs Oh, Lumat Lumat Ding Okay, wo bist du ungefähr? Äh, vom Tempel aus Richtung Osten Oh, da ist ein Wald Weiß ich mal... Also 900, 700 bin ich Ja, ich komm Wie viel Zucker brauchst du? Da ist noch Zuckerrohr Da ist noch Zuckerrohr Aber das ist ein bisschen weiter weg Ja, okay, dann... Ja, ist mir egal Brauchen wir noch Leder überhaupt? Hm... Nimm einfach mit, keine Ahnung Okay Man kann nie genug haben Vielleicht eigentlich... Ja, ich mach ein Wasser immer mal, oder? Nee, ich hab kein Holz Ja, ich farm grad Holz Vielleicht krieg ich auch noch ein paar Äpfel nebenbei Ja, das wär ganz gut Ah, ist das worth dahinter zu gehen? Für vier Zuckerrohr Machen wir hier noch eine? Würde ich schon sagen, oder? Ja, eine können wir noch machen, bis wir cave sind Ja, eine geht Oder wir gehen in der... In den Nether Was haben wir da? Potsdorf? Ja Ja Das ist ja schon wild, wenn ich ehrlich bin Willst du nicht erst voll Iron machen? Naja, doch Aber vielleicht schaffen wir das ja trotzdem Ja, können wir machen Aber vielleicht sollten wir auch erstmal durchlesen, ob da überhaupt da geöffnet ist gerade Stimmt, dass ich hosted bei Shiny war, ne? Ja, irgendwo war da was Ja, dann... Ja, die Kämpfe waren jetzt aber nicht so intens Nee, also... Ich weiß nicht, was du gefärmt hast 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 Ich weiß nicht, wo du gefärmt hast Ja, ist irgendwo eine Cave oder was? Wo ich schnell Iron rausholen kann? Ich glaub nicht Ah, die Folgen sind 20 Minuten Ja Ja Deswegen meine ich Ja, fünf Folgen würde ich jetzt nicht machen wollen Ja, ja Ja, ne Fünf... Ja, vier eigentlich Aber das ist schon sehr viel für 20 Uhr und am nächsten Tag Schule Ja, du weißt, wo ich gefärmt hab, ne? Ja, ja Geht aber erstmal kurz auf ne andere Insel wieder zu berolen Ja, ist einfach ne Cave, wo Lava drin ist, ja man Ja, ist nochmal Lava Nimm mal Dings mit, okay? Ähm... Okay, ich höre da jetzt kurz mein Boot drüber Wie viele leben denn noch? Das sind ja auch nicht mehr so viele, ne? Ja, drei, sechs, neun, zwölf Man ist mit 25, glaub ich Hoch Der ist nicht so viel Das ist wenigstens Teams Ja, okay, ein Großteil des Teams Ja, ne? Ja Alter, ich weiß noch Tribute vom Waro, als wir diese scheiß Wracks gesucht haben In der ersten Folge Ja Da ist Unterwasser Cave Ja, willst du eben in der Cave gehen, oder was? Soll ich? Ja, für Volliron halt, oder? Ja, okay Ich geh nur in diese Unterwasser-Kühle da Da ist sogar ne Schlucht Ich suche grad ne Cave, aber ich find's halt keiner Doch hier, glaub ich, ist ja ne Ja... Die geht zumindest runter Ja, ich hab ne Cave Okay, ich farm auch Okay, gut Aber da ist mal ne Steinschwitzhacke, Alter Du hast genug Dings, ne? Ähm... Holz Ja, Holz hab ich Okay, gut Ich hab grad dieses... Ich wusste es... Ich wusste es... Ich hätte ja nicht lang gehen sollen Kein Sinne ein schlechtes Gefühl, wenn man weiß, dass die Cave gleich endet Ja Ja Ja, hier geht's so weiter Ja, dann Volliron würde reichen, dann... Äh... Volliron, dann... Alter Oh, ich hab sogar braune Pilze für Weakness Ja, die Cave, das ist ja größte Trash, holy fuck Ja, bei mir krieg ich... Ich hab vier Eis, dann kann er jetzt wieder hoch Ja, extra Ich glaub, Volliron krieg ich bei mir hin Ja, auf jeden Fall, ich hab ne saugroße Ja Ja, das ist gut Ich hoffe, ich ertrinke nicht, Alter Nee Scheiße Boote, man Boah, meine Cave ist wirklich saugroß, welche Höhe bin ich denn? Sechstens sonst nicht Ich muss sagen, eigentlich will ich hier gar nicht aus Ja, wir können sie auch... Wir können uns auch splitten, dann, dass du dann weitercavest und nicht genatter oder so Die ist halt wirklich grad saugroß Und ich bin dafür 20 grad schon Äh, wo bist du grad nicht, dass ich in deine gehe? Äh, 900, 730 Okay, das ist ne andere Ja, du kannst uns auch hin, komm, die ist... Die ist groß genug, du kannst uns auch hin, komm Jaja, ich hab jetzt echt schon eine Fruity Wait, das ist dem da, haben wir gesehen Ah Ja Also nächste Folge von Iron haben wir safe Ja, auf jeden Fall, ich kann auch noch Vielleicht sind die ja noch Dias mit ganz viel Glück Ich weiß halt nicht, wie weit die Cave noch runter geht Ja, weil Support ist halt sehr OP Ja, auf jeden Fall Und die Cave geht hier noch runter Ja Für Iron hab ich 38 Oh, das ist dann nächste Folge Ja, mein Event hast einfach komplett voll, Alter Hab Dias? 2x Dias? Sick, sehr schön Hast du Eisenpicke? Ne, ich brate jetzt Na, wir haben noch halbe Minute Ja, wir joinen eh direkt, ne Ja, wir joinen eh direkt, ne Ja, das kann aber zuerst, äh, gucken, ob Ding ist Na, da, ahn Ein Dschungel-Bium ist schon sehr unverhänglich Na, stimmt, die, die in der anderen Richtung waren, haben das nicht Ja Ja Äh, äh, Steinschwerzer kann weg Okay, und das was mit der Folge, ich hab Erik vorbei, bis nächstes Mal, ciao